Das kommende Album von Anna-Karina Wojczak trägt den Titel Meine Zeit. Das Album erscheint voraussichtlich am 16. August über das Label T-Lamo. Alle weiteren Informationen zu dieser Veröffentlichung, die Vorbestellungslinks und die Titelliste findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn ihr auch in Zukunft immer über neue Veröffentlichungen informiert werden wollt, abonniert einfach unseren Kanal und aktiviert die Glocke. Vielen Dank, dass ihr euch das Video angesehen habt.